Die Europäische Arzneimittelagentur hat gestern getagt, um die Daten von Pfizer und BioNTech noch einmal gründlich zu prüfen. Die USA, Großbritannien, Kanada und Israel haben dem Impfstoff, der eine Effizienz von 95% haben soll, bereits das Go gegeben und mit den Impfungen begonnen. Heute um 15 Uhr ist eine Pressekonferenz bzw. ein Statement der EMA angesetzt. OE24 TV berichtet davon natürlich live. Ab 27. Dezember soll der Impfstoff natürlich nach der Zulassung dann erstmals in den 27 EU-Staaten verimpft werden. Anfang Jänner soll dann Moderna durch die EMA zugelassen werden. Pfizer und BioNTech wollen ab dem Moment der Zulassung die ersten Dosen mit ihrem Anti-Covid-Impfstoff in die Mitgliedstaaten schicken. Das wird wohl ab 23. Dezember am Abend passieren. Die ersten 9.500 Dosen sollen Wien und Niederösterreich erhalten. Diese werden vorerst in den speziellen Kühllagern eines Pharmakonzerns in Wien-Simmerern gelagert. Die beiden Bundesländer wollen ab 28. Dezember in Pflegeheimen anfangen. Ab 5. Januar werden dann weitere Dosen, rund 130.000, in Österreich erwartet, die dann an alle Bundesländer verteilt werden. Insgesamt soll die Republik bis März 900.000 Dosen von Pfizer erhalten. Das wäre Impfstoff für 450.000 Menschen. Für weitere 100.000 soll Moderna im Januar kommen.